Der persönliche Kontakt zu unseren Geförderten ist mir sehr wichtig, denn im persönlichen Kontakt und sehr oft in informellen Gesprächen merkt man auch, dass der Schuh drückt und dass man auch etwas besser machen könnte. Wenn wir eine Krise wie die Covid-19 haben, sieht man, dass es einen negativen Weg gibt, aber es ist auch eine Möglichkeit, eine Chance zu erzeugen. Guten Morgen, das ist unser Q&A. Eines der größten Elemente in dieser Krise ist die wichtigste Digital- und Numérique. Es ist eine Möglichkeit, ein Problem zu lösen, wenn man all diese Limitationen hat. Das ist eine absolut kritische Infrastruktur für unsere Gesellschaft. Wir sehen hier bei Rempa ein spannendes Projekt. Was mich sehr beeindruckt ist, mit welcher Akribie und mit welcher Geduld, die Forschende an ihrer Arbeit sind, wie sie ihre Projekte weitertreiben und welche Begeisterung aus ihren Augen schaut. Das finde ich sehr spannend. Die Krise des Covid-19 hat uns gezeigt, wie es manchmal schwierig ist, zu sein, zu sein, aber es ist eine andere Sache, zu sein, zu sehen, zu sehen, wie wir in der Lage sind, zu integrieren, was wir sehen, um die Zukunft zu sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.